Oh mein Gott, Braxy, wie kommen wir wieder nach Hause? Ich habe keine Ahnung, Mann, aber hier scheint ein Weg zu sein. Was? Wow, das ist eine Riesenschlucht, Braxy. Wie sind wir denn hier gelandet, Leute? Oh mein Gott, Braxy, ich habe ein bisschen Angst. Wir sind voll weit von zu Hause weggegangen, Mann. Oh, ich kenne den Weg nicht. Kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern? Ich glaube hier in die Richtung vielleicht oder splitten wir uns mal. Geh du mal nach links und ich gehe hier geradeaus. Okay. Okay, Leute, wir sind irgendwo in irgendeinem Wald verschwunden. Wir kommen hier nicht mehr raus, Mann. Ihr müsst uns jetzt helfen mit einem Like, dass wir hier rauskommen, schnell. Oh Mann, was ist das denn? Leute, seht ihr das? Ich muss schnell Braxy Bescheid sagen. Braxy, Braxy. Braxy, da hinten ist er. Udi, wo bist du? Braxy, ich bin hier, nicht, dass wir uns auch schon verlieren. Guck mal, erst mal. Ey, Braxy. Ja? Weißt du, was ich gefunden habe? Richtig, richtig krank. Ganz krasse Treppen. Treppen? Ja. Ich glaube, du halluzionierst. Komm, wir müssen nach Hause. Siehst du das da hinten nicht, du doof Kopf? Uah. Was ist das denn? Das sind irgendwie Treppen zum Himmel oder so. Alter. Das ist ja mega. Oh mein Gott. Warte mal. Sind das Lucky Blöcke, Braxy? Braxy? Oh. Äh. Oh, oh. Ja, schon. Hä? Hier ist eine Truhe. Hier ist Fleisch, Spitzhacke. Hä? Ist hier kein Notizbuch oder so? Bist du sicher, dass wir da hochgehen sollen? Ich weiß nicht, Braxy. Vielleicht verlangt es ja jemand oder so. Oh, Leute. Ich weiß nicht, ob wir da hochgehen sollen oder nicht. Oh, irgendwie stand da auch keine Notiz irgendwie in der Truhe. Aber ich habe irgendwie Angst. Was sagst du, Braxy? In einem Lucky Block könnten auch böse Sachen drin sein, Odi. Stimmt, Leute. Oh mein Gott. Ich habe da richtig, richtig Angst. Aber, Leute. Ich würde mal sagen, wir werden das schaffen, oder, Braxy? Okay, komm. Okay, los. Und wir werden das Mysterium hier herausfinden, was hier jetzt noch passieren wird. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, mach du den ersten auf. Ich habe Angst. Wow. Ganz viel Wolle bekommen. Ich will meine Farbe. Ich will meine Farbe. Schnell. Äh, hier. Lila. Warte mal, Braxy. Guck mal. Unsere Treppen sind genau in unserer Lieblingsfarbe. Hä? Das heißt, es war also geplant, dass wir hier sind. Wow. Okay. Vielleicht finden wir oben die Antwort, Braxy. Los. Ich bin jetzt dran. Los, los, los. Ich habe Erntewerkzeug bekommen. In Eisen. Wir haben doch schon einen Diamanten. Ach ja, stimmt. So dumm. Okay, Braxy. Du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Was kommt raus? Was kommt raus? Bücher? Bücher? Du bist so eine Leseratte, Braxy. Mann, ich will keine Bücher haben. Das ist doof. Doch. Bücher sind doch gut für uns. Komm, komm, komm. Das nächste. Ich bin dran. Oh. Lucky Schwert. Darf ich dich einmal schlagen damit, Braxy? Nein. Weißt du was? Was? Wir machen, wenn wir oben ankommen, dann kämpfen wir gegeneinander. Wer den besseren Loot hat. Gute Idee. Okay, machen wir so. So, Braxy. Dein nächstes. Dein nächstes. Schnell. Du hast einen Brunnen bekommen. Und? Schmeiß rein. Schmeiß rein. Du hast Kartoffeln bekommen. Du bist so schlecht, Braxy, du Doofkopf. Ich bin dran. Ich habe ganz viel Panaterracotta bekommen. Was ist Terracotta, Leute? Ich habe doch keine Ahnung, was das ist. Guck mal, sogar in Rot. Das würde Kai jetzt gefallen. Okay, Braxy. Du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Oh. Oh, wie cool. Du hast so ein... Oh mein Gott. Du hast noch mehr Lucky Blocks bekommen. Ja, eine Menge. Ey, geh weg. Geh weg von mir. Den Beacon nehme ich mir. Tschüss. Ey, Junge. Du hast alle... Ey, du hast alle meine Sachen genommen. Enderperlen, Leute. Haben wir von Braxy geguckt. Jetzt guck mal, Braxy. Guck mal. Ich bin der Beaconlord. Mann. Gib meine Enderperlen wieder, du Doofi. Ja, okay. Hier. Und hier das Enderauge. Und hier nimm das alles. Nimm, nimm. So, Braxy. Bist du bereit? Ja. Ich mach weiter. Tschüss. Hero Villager. Was? Zwölf Diamanten? Gibt er mir die heftigsten Sachen? Oh mein Gott, Leute. Den müssen wir behalten. Nein. Braxy, nein. Braxy, bitte. Braxy. Ach, du bist so... Du kriegst gar nichts, Doofkopf. Du bist so ein Doofkopf. Aua. Aua. Ich mach weiter ohne dich, du Blödmann. Boah, ich will leben. Geh weg von meiner Treppe, du Doofkopf. Hä? Meine Treppe ist kaputt. So ein Doofkopf. Leute. Wir bauen hier weiter... Diamanten. Diamanten, Diamanten. Braxy, Diamanten und Eisen und Smaragde. Cool. So, wir müssen unseren Müll hier wegschmeißen, Leute. Ganz, ganz, ich hab mir runtergefallen. Was, Braxy? Ich hab ne Rüstung bekommen. Nein. Was für eine? Eine Goldrüstung. Boah, richtig unfair. Warte mal, Braxy, du bist viel weiter als ich. Jetzt lass mich mal erstmal aufmachen. Du bist so langsam, wer zuerst oben ankommt. Oh, ich hab Hunde bekommen, die sind alle gestorben. Okay, das hier noch. Oh, ne Musikschallplatte brauchen wir aber nicht, Leute. Für was denn? So, Braxy, bist du bereit? Ne die Hose, ne die Hose, die muss ich mir holen. Oh nein, oh nein, oh nein. Die die Hose. Braxy, ich hab schon die Hose. Schön für dich. Du hast gar keine Chance. Wenn du wüsstest, was ich habe. Was hast du? Ich hab schon das Lucky Schwert. Aua. Du hast das Lucky Schwert? Okay, das ist ja cool. Du hast Musik bekommen. Spiel mal Musik, Spiel mal Musik. Okay, 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 warte. Leute, er hat TT. Hatte ich nicht, nein. Ich hab's hier genau gesehen. Hatte ich nicht. Spiel, Spiel Musik. Die, 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 die Party. Okay, Leute, irgendwie macht das voll Spaß, Braxy. Nether-Stern. Aua, ich hab übelst du das Fallschaden bekommen. Ich hab ein Nether-Stern bekommen. Was bringt das? 20 Diamanten. Ey, du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Jetzt müssen wir aber alle ganz schnell nach oben. Oh nein. Habe ich nur noch ein paar. Nach oben? Du hast da noch ein paar. Okay, Leute, wir müssen jetzt ein Rennen machen. Oh, Goldäpfel. Enderpeil, Enderpeil. Schnell alles hier rausschmeißen. Zack. Weiter. Oh. Lucky Potions. Warte, da muss ich noch mal runter. Braxy, da muss ich noch mal runter. Ich hab Lucky Potions bekommen. Leute, das sind wie Lucky Blocks. Hier. Oh, oh, oh. Leute, seht ihr das? Warte mal, wir werfen mal auf... Wir werfen mal ein Unlucky Potion auf Braxy. Braxy. Wenn du das machst, drück ich. Wenn du das... Und ich bitte schon... Tschüss. Hier. Nimm. Aua, 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 aua. Auf Kopf. Ey, du hast meine Treppe gesprengt. Jetzt komm ich nicht mehr runter. Okay, Leute. Guck mal, Braxy, was ich bekommen hab. Ich hab eine Truhe bekommen. Und du nicht, du Doofkopf. Da ist nur blöde Sachen drin. Aber da können wir unsere alten Sachen einfach reinmachen, Leute. Die wir nicht brauchen. Und zack. Haha. Was? Was war das? Nix. Nix. Hast du bei mir gesprengt, du Doofkopf? Du hast Pferde bekommen. Aber keine guten Pferde. Warte mal, hatte ich nicht einen Sattel gerade noch? Ich weiß nicht. Ich mach weiter. Tschüss. Noch eine Truhe. Ey, Mann, ich krieg nur doofe Sachen. Warte mal. Braxy. Nein, Braxy, nein, Braxy. Bitte. Nein, du Doof. Du bist so ein. Aua. Du bist so ein Doofkopf. Guck mal hier. Oh, du hast es bekommen, du Doofkopf. Hä? Aber jetzt hast du es runtergefallen gelassen. Ja. Du hast runtergefallen. Oh. Ja, so viel Zeug. So, Braxy. Wie geht's dir? Ey, was? Ey, geh hier weg. Warte. Geh hier weg. Warte, warte, warte. Ich hab dir die Truhe geöffnet. Guck mal. Oh. Alle meine. Wie cool ist das denn? Wir haben Braxy gerade Lucky Blöcke geklaut. Die können wir nachher zu richtig krassen Lucky Blöcken machen. Hä? Warte, das war meine Truhe? Ja, du Doofkopf. Guck mal. Aua, 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 aua. Okay, Leute, wir machen weiter. Oh, Mann, da kam nichts drauf. Braxy. Braxy. Nein. Ich hab damit nichts zu tun. Aua. Ii, Braxy. Doofkopf. Du hast alles verloren, du Doofkopf. Du musst wieder hochbauen. Leute, meine halbe Treppe ist kaputt. So, Kürbisse. Das sind Katzen. Okay, was ist hier drin? Nein, mein Hero Villager. Leute, den haben wir gebraucht. Was will ich mit einer rote Romantik-Sache? Braxy, du Doofkopf, komm wieder hoch. Ich versuche wieder hochzukommen. Ich finde mein TNT nicht. Du brauchst keinen TNT, du Dummkopf. Doch, am Ende, wenn wir fighten, werde ich dich zerstören. Niemals. Leute, wir machen in der Zeit weiter. So, wartet, wartet. Fische bekommen. Oh, cool. Ich mag Fische, Leute. Und Heroes. Oh, was? Eine Hero-Hacke, Leute. Guck mal, Braxy ist wieder oben. Ah, aua, aua. Ich habe einen Goldblock bekommen, Braxy. Oh mein Gott. Block auf Gold. Was? Du hast XP bekommen. Ich will auch XP. Das ist so unfair, Braxy. Oh mein Gott. Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Sag schon, sag schon. Sag schon. Du Doofkopf. Noch mehr Lucky-Blöcke. Ich habe TNT bekommen. Ja. Okay. Aua. Nein. Aua, aua. Okay, Leute. Ich bin runtergefallen. Ich habe alles verloren, Braxy. Aber ich habe wieder alles. Was ist das denn hier? Das ist fetter Schleim. Aua. Er greift mich an, Leute. Er greift mich an. Ich bin da. Mann. Braxy, er ist runtergefallen. Du musst schnell hoch. Du Doofkopf. So, wir sind wieder oben. Braxy, du hast... Ich bin runtergefallen. Ich habe alles verloren, du Doofkopf. Ich Doofkopf? Ja. Na, warte. Du bist immer noch ein Doofkopf. Haha. Ey, Mann, das ist so unfair, Braxy. Ich habe gar nichts mehr, du Doofkopf. Du hast alles verloren. Warte. Sogar daneben. Nein, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und da ist ein Minischleim. Oh mein Gott. Was hast du da? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Was ist das denn? Ich habe auch alles verloren. Braxy, was ist das? Was hast du da beschworen? Du hast es beschworen mit deinen Unlucky Potions. Wir machen... Ah. Ich will nicht mehr. Aua. Leute, Braxy ist noch am Sterben. Sehr gut. Und zack. Oh, ein Satz. Ey, dieser Typ greift mich immer noch an. Mach doch mal was. Komm, ich auch. Oh. Ich will... Ah. Braxy, wir haben alles verloren. Wie doofkopf. Komm, wir gehen jetzt hoch. Du hast alles verloren. Komm. Du hast das beschworen. Nicht ich. Wir müssen jetzt schnell nach oben. Los. Oh, 20. Ich habe eine Idee. Heroes Villager. Heroes Villager. Ja. Bitte. Nein. Er gibt mir nichts cooles. Oh. Oh mein Gott. Heroes Potion. Nein. Nein. Du doofkopf. Leute, wir haben ihn wieder getrollt. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Oh. Axt. Ja. Ja. Geil. Yeah. Tschüss, Braxy. Heroes Villager, jetzt komm schon. Gib mir was cooles. Bitte. Bitte nicht. Bitte. Braxy. Cheese. Ey, du doofkopf. Hoffentlich gibt er dir was cooles. Ich habe wieder alles verloren. Ey, das mit dem Trollen ist voll unfair. Du hast angefangen. Du hast da so einen Doofkopf gespawnt, Alter. Du hast den Doofkopf gespawnt. Hä? Das war deiner. Oh mein Gott. Du bist so tot. Oh mein Gott, Leute. Wir dürfen nicht mehr sterben. Oh. Heroes Pidgey. Pickaxed. Oh. Was ist das? Goldäpfel. Ja, Level. Baby, oh du. Was hat mir... Nein, mir ist schlecht. Oh, oh. Hast du mich vergiftet, du doofkopf? Nein. Du hast mich vergiftet. Ich bin jetzt oben. Oh nein. Mir ist schlecht, Leute. Alles gut. Woher kommt der? Woher kommt der Abi? Woher kommt der denn, Leute? Oh mein Gott. Egal, der ist unten. Okay. Braxy, bist du bereit? Warte, ich muss hier kaputt machen. Oh mein Gott. Die Errüstung. Wichtig, Leute. Sehr wichtig. Hier, komm. Ten, vier. Oh. Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Oh, ich hab's überlebt. Ich auch. Ich hab's überlebt, Braxy. Alter. Nein. Nein. Da ist noch ein... Nein. Oh, wichtig, wichtig. Wenigstens noch ein bisschen Rüstung, Leute. Oh, oh, oh. Braxy. Ich bin tot, 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 ich bin tot. Ja, ist in der Falle. Ja, Leute. Du doofkopf. Nein, ich wollte nicht sterben. Boah, Lucky Schwert. Okay, Leute. Und das letzte Lucky Block. Braxy, ich hab gewonnen. Was hab ich bekommen? Oh mein Gott. Leute, seht ihr, was wir haben? Wir haben zwar alles verloren, es liegt alles unten, aber wir können es ja holen. Aber ich bin gespannt, was hier oben ist. Nein, wir können es nicht mehr holen. Hier ist keiner. Und ich klau mir jetzt deine... Oh, wir klauen seine Lucky Block, Leute. Hör auf, Junge. Tschüss. Ey, gib her. Okay, Braxy, hast du... Hast du... Hast du Holz dabei? Sei ehrlich. Wir müssen uns doch noch preparen vor dem Fight. Ich hab ne Werkbank. Oh, cool. Okay. So, hier, du Fisch. Du bekommst erst mal Fisch, du doofkopf. Und dann, Leute, was bauen wir uns am besten? Warte mal. Wenn wir so machen... Oh, warte mal. Du hast eh keine Chance gegen mich. Oh, Leute, warte mal. Braxy, du doofkopf. Ich hab mir grad einen Lucky Block zusammengeschustert. Den heftigsten der Welt. Nimm deinen Kürbis selber, du doofkopf. Okay, Leute, wir öffnen den nochmal. Der ist zum Beispiel... Der ist der stärkste. Guck mal, Braxy, guck mal. Guck mal jetzt, du doofkopf. Harte ich nicht selber, Croft. Warte, du doofkopf. Guck, du doofkopf. Okay, zeig. Guck. Ich hab Wolle bekommen. Oh, Mann, du doofkopf. Aber ich hab jetzt ne Barriere, du doofkopf. Guck. Ja, wenn du einen hast, hab ich doch auch einen. Also, ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Komm doch, wenn du dich traust. Drei Leben, okay? Okay. Drei, zwei, eins, los. Oh, hier ist ein Goldapfel. Oh, du doofkopf. Komm her. Komm her. Da ist ein Goldapfel leer. Ha, sag ich dir nicht. Aua, aua. Bleib weg von mir. Aua. Das ist unfair. Geh weg von mir, geh weg von mir. Na, komm, komm her. Leute, wir müssen Braxy hops dem. Ne. Aua. Oh, das hat mir gesagt. Nein, Tinti, nein, Tinti. Nein, Tinti. Leute, die erste Runde geht an mich. Braxy, du bist so schlecht, weißt du das? 1 zu 0. Du hast einen goldenen Apfel. Gib mir meine ganzen Sachen wieder. Die liegen da hinten, du doofkopf. Okay, okay, okay. Bist du bereit? Du willst also einen ultimativen Krieg. Du willst einen ultimativen Krieg. Lass mich sortieren. Ich sortiere mich jetzt. So. Okay, sortiere dich. Leute, seht ihr das? Oh, seht ihr das? Braxy hat gar keine Chance. Braxy, komm. Put, 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 put. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich habe keine Rüstung. Ich bin nicht bereit. Okay, komm. 3, 2, 1, los. Nein. Junge. Komm her. Braxy. Aber, ich war fast runtergefallen. Ah, ich bin weg. Komm her, Braxy, du doofkopf. Ah. Ja. Nein. So, 2 zu 0, Braxy, du doofkopf. Was sagst du dazu, hä? Oh, Mann. Soll ich dir den entscheidenden Schlag geben? Nein, nein, nein. Ich werde dich fertig machen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, 3, 2, 1, los. Warte, nein, nein, ich bin noch nicht bereit. Ey, du hast doch gesagt, du doofkopf. Ich bin noch nicht bereit. Jetzt warten wir. Okay, Leute. Seht ihr, was ich im Event habe? Das werde ich so auf Braxy schmeißen. Und er hat gar keine Chance. Okay. Leute, wenn ihr denkt, ich gewinne jetzt den Fight, dann lasst jetzt sofort ein Like da. Und natürlich ein Abo. Und checkt natürlich auch Braxy ab. Nicht vergessen, Leute. Mein, 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 mein guten Freund. Und guck mal, was er da macht, der doofkopf. Nicht getroffen, nicht getroffen. Blödmann, blödmann. Guck mal, du bist jetzt tot in 3, 2, 1. Oh. Oh. Ich seh nichts mehr. Guck mal. Und? 3, 2, 1, los. Ich hab dich. Wie bin ich? Ich hab dich. Wie bin ich gestorben? Wie bin ich gestorben? TNT. Wegen TNT, du Dussel. Ey, ehrenlos. Okay, Braxy, dann machen wir jetzt nochmal einen finalen Fight. TNT, bist du gestorben? Wir machen einen finalen Schwertfight, okay? Ohne alles. Aber ich hab nur ne Faust. Okay, warte. Und ne Treppe. Hier, nimm das. Was ist denn das? Und nimm einen Apfel, hier. Okay. Bist du bereit, Braxy? Warte. Hier ist dir ein Apfel und? Ehrenlos. Mein Schwert ist besser als deins. Hä? Warum kommt da Hühnchen raus aus dem Schwert? Oh. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Leute, komm her. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Okay, Leute. Wir haben das ganze Battle gewonnen. Und? Jimmy, was willst du dir denn heute beim Technikladen kaufen? Ich will mir die goldene Switch holen. Die gibt's nur einmal auf der Welt und ich weiß, wo sie ist. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Oh, mein blödes Ding weg. Hier, hier, guck, da ist sie. Sie sieht so schön aus, Leute. Die goldene Switch, Jimmy. Oh, Mann, ey. Die ist richtig cool. Guck mal. Du musst sie auffangen, okay? Okay, werf runter. Ei. Die ist runtergefallen. Aber die geht doch nicht kaputt, Jimmy. Natürlich geht die kaputt. Wenn man das oft macht, dann funktioniert die nicht mehr. Quatsch. Das passt schon. Okay. Ich will, glaube ich... Boah, ein neuer Fernseher wäre schon ganz cool, aber ich habe kein Geld dabei. Hm. Hä? Was war das? Ich hau ab hier. Oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Wen hast du da gerufen? Ich habe gar niemanden gerufen, oh Blödmann. Du bist doch hierher gegangen. Sch, sch, sch. Lass uns einfach mal gucken, wer da kommt. Geh auf die andere Seite. Du sah gruselig aus. Wer kommt denn da? Jimmy, wer hat denn da so gelacht? Oh, Mann, Buntes. Nee, hat drei verschiedene Farben. Warte mal. Das ist doch Pomnie. Pomnie. Ich bin Pomnie. Hi. Hallo, Pomnie. Wie geht's dir? Mir geht's. Supi. Denn ich komme gerade frisch vom digitalen Zirkel. Wow. Schau mal, wie sie springen kann, Jimmy. Die soll alleine da springen. Ich will damit nichts zu tun, aber ich habe mein Diaschwert dabei. Die ist nett, du Blödmann. Das ist doch unsere Freundin. Warte mal, das ist Pomnie. Sag ich doch. Hey, Pomnie. Hi, Jimmy und Uli. Wo ist Jax? Der ist gerade im digitalen Zirkel. Ich will was richtig cooles vorbereiten. Was wollen sie denn vorbereiten? Sag schon, Pomnie. Ich weiß nicht. Soll ich wirklich sagen? Ja, komm schon, komm schon. Erst wenn die Leute leiten. Leute, ihr müsst schnell leiten, damit Pomnie uns das Geheimnis verrät. Wenn nicht, dann werden wir das niemals wissen. Komm schon. Lass jetzt ein Like und ein Abo da. Komm schon. Das sind immer Likes. Siehst du das, Pomnie? Wow. Wie beim digitalen Zirkus. Haha, genau. Okay, Leute. Ich habe euch zwei was mitgebracht. Und zwar zwei wunderschöne Hände. Nein, die will ich nicht aufziehen. Dann bin ich nur wieder in den digitalen Zirkus gefangen. Aber Jimmy, das ist bestimmt voll cool. Und wir wissen ja, wie wir da rauskommen. Ja, aber da kann alles passieren. Da kann ich sogar groß werden. Das ist voll gruselig. Aber das ist doch cool, wenn du groß bist, Jimmy. Ich will aber klein sein. Leute, Leute, Leute. Was denn, Pomnie? Was hast du vorbereitet? Mit den neuen Headshets können wir ein Lucky Block Race machen. Wow, Lucky Block Race. Hast du das gehört, Jimmy? Habe ich gehört. Ich werde dich fertig machen, du Blödmann. Ich werde... Was denn? Aber solltest du dir gegen mich verlieren? Nö, das kommt eh nicht vor, ja. Wiemals. Wir sind viel stärker als du, Pomnie. Wir sind jetzt für immer im digitalen Zirkus gefangen. Hör, das war's. Haha, du solltest jetzt einfach doppelt so lang machen, die Strafe. Warte, warte, Jimmy. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen sollen. Was ist, wenn wir wirklich verlieren? Weißt du eigentlich, gegen wen wir antreten? Pomnie, die checkt sowieso nix, Mann. Du hast recht. Okay, dann ziehen wir unsere Headshets jetzt auf, Jimmy. Cool. Damit würde ich sagen, herzlich willkommen zum digitalen Zirkus. Wow, Leute, los geht's. Wow, wow. 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 Wo sind wir denn hier, Pomnie? Wir sind auf dem Lucky Block Race. Das ist die neue Version vom digitalen Zirkus. Und solltet ihr verlieren? Heißt das? Ihr habt ja immer hier gefangen. So wie Olaf. Schau mal, das ist Olaf da hinten. Olaf? Jimmy, wo bist du? Da hinten ist Jimmy und er ist wirklich groß geworden. Mann, das ist voll doof hier. Das ist lustig. Jetzt komm rein. Ja, ich komm, ja. Alles gut. Okay, Leute, dann will ich mal sagen, starten wir mit dem Lucky Block Race. Und am Ende müssen wir dann gegen dich kämpfen, Pomnie. Mach du zuerst deinen auf. Und zack. Pomnie hat einen Helm bekommen. Dann bin ich dran. Und zack. Ich hab Pfeile bekommen, Jimmy. Was bekommst du? Das ist voll cool. Warte, ich krieg das Plus. Beste. Voll cool. Okay, weiter geht's, Leute. Pomnie, du bist wieder dran. Du hast eine Dierrüstung bekommen. Und ich bekomm... Oh Mann, eine Lederrüstung. Leute, schaut mich mal an. Ich hab eine lustige Lederrüstung an. Jimmy. Hey, warte mal. Warum hat Jimmy schon gemacht? Mann, Jimmy. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will Pomnie sowieso besiegen. Das ist einfach. Du hast recht. Okay, wieso fängst du an, Jimmy? Komm schon. Hör, Jimmy hat einen... Nee, da einen Trank. Okay, dann bin ich dran. Und? Ich hab einen Helm bekommen. Einen Lederhelm. Pomnie, was hast du? Die Hose. Das ist so unfair. Die hat schon Diamant. Jetzt fange ich an. Oh Mann, ich hab Lederschuhe bekommen. Pomnie, du... Einen Trank. Einen Trank. Jimmy? Ja. Auch ein Trank. Gar nicht. Noch mal ein Trank. Ich hab zwei Lucky-Blocke. Zwei? Warum zwei, Pomnie? Hey, du Blutmann. Mach damit. Ich hab einen Porn bekommen. Jimmy, was bekommst du? Schnell. Wieder einen Trank. Wieder einen Trank. Oh Mann. Hacke, ich bin jetzt weiter. Pomnie, mach auf. Oh, Schuhe. Oh, sie hat eine Doreitschuhe. Jimmy, mach auf. Mann, die hat doch nur Glück. Zombie. Ich hab nicht so Glück. Schlag ihn doch einfach runter, du Blödmann. Nein, ich hab Angst vor ihm. Der muss verbrennen. Schlag ihn runter. Okay. Jimmy ist runtergefallen, der Blödmann. Oh, ich hab euch vergessen, was zu sagen. Was denn, Pomnie? Wir haben nur drei Leben. Oh, drei Leben. Jimmy, hast du das gehört? Das zählt nicht. Ich hab immer noch drei Leben. Das hast du erst ab jetzt gesagt. Nein, das hat schon von Anfang an gezählt. Ich hab einen Trank der Heilung bekommen. Okay, Leute, wir müssen uns jetzt beeilen. Ha, ich geh voraus. Und nichts. Jetzt kommt schon noch ein Bogen. Damit schießen wir Pomnie ab. Hör auf, Pomnie. Hör du auf. Haha, man kann sich gar nicht runterschießen. Aber auch. Ich kräfte dich nicht. Ha. So, ich mach meinen nächsten Block auf und bekomm noch einen Trank. Und nochmal der nächste und... Oh Mann, da waren Spinnenweben. Wer weiterhast du? Warte, was bekommst du? Zeig mal. Oh, ein Echzen. Wow. Schon wieder Schuhe. Haha. Jimmy. Mann, ich hab Schuhe bekommen. Aber so Eisenschuhe. Ja, wohl. Das ist besser als meins. Jimmy, schau mich mal an. Ich bin voller Leder. Pomnie, hör auf, du Blödmann. Ah, das ist so. Du blödkopf. Ah, kannst mich gar nicht treffen. Ah, und das nächste. Wow. Ich hab Kettenstiefel bekommen. Die sind ja richtig cool. Weiter, 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 weiter. Ja, was? Mann. Mann, Jimmy, beeil dich mal da hinten. Ich hab wieder einen Bogen. Mann, du brauchst so lange. Pomnie ist schon richtig weit. Pomnie hat das hier auch erfunden. Und wir müssen besser als sie sein. Ich hab Nederite-Stiefel. Stimmt, Jimmy, das war Kane. Beeil dich mal. Okay, ihr habt verloren. Ich hör auf, auf mich zu schießen. Du blödkir. Äh, vielleicht hab ich verloren. Warum? Wow. Schieß ihn ab, Jimmy. Ich helf dir. Mann, Aua. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Du musst ihn fertig machen. Schieß ihn ab. Komm schon. Lauf, lauf, lauf. Weiter, weiter, weiter. Ich hab ne Katze bekommen. Du sollst den Blazerot wegmachen. Mann, der ist zu stark. Jimmy, was soll ich denn machen? Wow, Skelett. Ha, runtergeschlagen. Hast du gesehen, Pomnie? Auf deine Tricks fall ich nicht rein. Ha, Pomnie, ich hab dich überholt. Und ich hab nen Checkpoint. Netherite, Netherite, Netherite. Prost, Leute. Komm schon, nächstes. Oh, und, und. Neue Hose, Leute. Wir müssen uns beeilen. Oh, warte mal. Ist Gold besser als, äh, als, als, als Kette? Nee, es ist nicht, Leute. Kette ist besser. Oh, oh, Jimmy hat uns schon überholt. Jimmy, warte. Ihr seid, oh, entschadet euch mal. Außerdem ist hier ein Labyrinth. Ein Labyrinth? Ja. Pomnie, du bist so schlecht. Haha. Mann, weißt du, was ich jetzt trinke? Das ist ein Labyrinth, ich finde ich kalt. Oh, was? Oh, jetzt bin ich ultra schnell. Hier ist ein Labyrinth. Leute, ich komm hier nicht raus. Hallo. Wir müssen mal links gehen. Immer links gehen? Glaube ich. Oh, ich hab's, glaub ich, gleich. Ich hab's gleich. Oder doch nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich hab's. Hä? Hä? Mann, hör auf, auf mich zu schießen. Wir sind ein Team, du Doofkopf. Oh, Pomni hat schon. Ich wollte Pomni treffen. Komm schon. Ich hab ein Schwert bekommen. Komm, aufmachen. Wow, aua. Aha. Auf, Pomni, du blöde Kuh. Ja, auf, Pomni. Die Errüstung. Oh, nee, warte. Ich hab hier schon was Besseres. Oh, weiter, 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 Leute. Da hinten ist schon das Ziel. Ich hab einen Dia-Help, Freunde. Los geht's. Jetzt könnt ihr mich nicht besiegen. Vier Äpfel. Aua, nein. Ha, ein Gast. Äh, Angriff. Ah, ich hab's. Oh, nein. Der Loot ist runtergefallen, Leute. Egal, wir müssen echt uns beeilen. Oh, nein, nein, nein. Skellet. Aua. Angriff. Dia, 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 dia. Und. Pomni, du bist langsamer als ich. Und Jimmy. Ha. Mir doch egal. Dafür hab ich bessere Sachen als du. Nein, du bist schneller, meint ich damit, du Doofkopf. Hä? Okay, Pomni. Zeig mal, was du da jetzt rausbekommst. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich lass dir einen Vortritt. Und Klaus. Ei, das ist unfair. Sie hat ein Netherite-Schwert, Jimmy. Wieso treffen meine Pfeile nicht? Sie, hier ist doch geglitscht. Du weißt doch. Wie blöde. Was hab ich bekommen? Oh, ich glaub, ich hab noch einen Trank bekommen, Leute. Oh, wir kommen zum Endspurt. Oh, gebt Gas, Leute. Ich bin schon fast full Netherite. Ich muss dir hier. Netherite-Schwert. Ich hab gewonnen. Ich hab ein Schild bekommen. Ha. Hab ich schon lange, du Doofkopf. Wie kann ich das in meine andere Hand nehmen? Mit deinem F-Muskel. Geht nicht. Egal, Leute. Weiter geht's. Weiter geht's. Und zack. Mann, ich bekomm gerade nur Blödsinn. Ich auch. Ich hab einen Hund bekommen. Trank der Regeneration. Ha. Und Pfeile. Weiter, weiter, weiter. Komm, Nih, wo bist du denn? Ha, sie muss kämpfen. Natürlich. Dann soll sie sich da aufhalten weiterhin. Das ist cool. Ist so. Okay. Komm, Nih, du bist so schlecht. Ha, ha. Ich kann gar nichts. Nicht mal Kane ist stolz auf sie. Ist so. Aua, Blaze Road. Angriff. Oh, ich hab ihn. Ha. Ich bin so stark. Jimmy, hast du das gesehen? Ja, warte. Die soll da weiterhin stehen bleiben. Genau so. Suchst du den Ausgang, Pomm, Nih? Ha, den gibt's nicht. Ja, nix. Ich hab nicht so Kiat. Ich hab nicht so Kiat. Kiat. Du wirst schon sehen. Oh, da ist schon die Arena, Leute. Vor uns. Oh, wir müssen uns echt beeilen. Oh, ein Tierarschwert. Ein Tierarschwert. Das war richtig, richtig wichtig. Ich bin gleich am Ziel. Hä, warum bist du so schnell? Hä, ich bin schon mal am Ziel. Oh, Mann, ey. Na, warte. Pomm, Nih, Pomm, Nih. Ich bin durch. Hey, Mann. Okay. Okay, Leute. Wir müssen jetzt Pomm, Nih besiegen. Jimmy, wo bist du? Ich bin hier. Ja. So, zack. Okay, wir können hier. Haben wir unser Schild. Wo bist du, Jimmy? Warte, warte. Wieso habt ihr schon ein Schild? Ha, weil du schlecht bist, Pomm, Nih. Dann hoff mal, dass wir gewinnen werdet. Ah, ja. Jimmy ist irgendwo noch auf Kau oder so. Nein, nein. Ich komm nicht in dein blödes Ding hier rein. Das geht nicht. Er muss warten, er kämpft uns hier. Ach so, okay, Pomm, Nih, bist du bereit? Ich bin bereit, bist du bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Komm her, du blöd Mann. Ha, abgewehrt, abgewehrt. Ha, abgewehrt. Komm her, Pomm, Nih. Oh nein, ich muss einen Lebensdrang trinken. Oh, weg, 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 weg. Schnell, schnell, schnell. Und Angriff. Ha, du brennst, du blöde Pomm, Nih. Was ist das hier? Das hat mich gar nicht getroffen. Komm, greif doch an. Okay, wenn du das unbedingt willst. Aua. Ha, sie brennt durch meinen Sch... Och, Mann. Ich hab dich für dich, du blöd Mann. Mann, Pomm, Nih, das ist nicht nett gewesen. Okay, aber ich will noch einmal gegen Gigi. Jimmy kämpfen. Okay, Leute, das ist die Revanche, weil Jimmy hier nicht war. Vorher, jetzt geht's auf... Oh Mann, wer hat mich denn... Jimmy, wir sind ein Team gegen Pomm, du blöd Mann. Vergessen. Wo ist Pomm, Nih? Angriff auf Pomm, Nih. Wo ist die blöde? Da hinten. Aua, sie hat mich getroffen. Ich seh die nicht. Komm schon, Jimmy. Anke. Voll einfach, warte. Feuer. Ich bin da, Pomm, Nih. Jimmy. Du bist so ähnlich. Du bist voll... Aua. Vielleicht holt sie mich doch. Was bist du denn? Du bist schon süß, Pomm, Nih. Jimmy, Angriff. Ah. Ah, abgewährt, abgewährt. Ah. Ah. Angriff. Ah. Nur reizt dich. Komm, Scheiße. Ja. Das war gar nicht gemein. Das war cool, Jimmy. Wir haben sie besiegt. Ja, und das Headset kriegen wir jetzt auch nicht mehr weg. Super. Toll gemacht, Odi. Doch, Pomm, Nih hat gesagt, wir kriegen sie weg, wenn wir gegen sie gewinnen, oder? Ja, wir haben gewonnen. Was heißt? Ich werde es für heute auch mal sehen, will ich es jetzt. Yippie. Voll cool. Ich glaube, ich muss mal Lucky Blocks Race auch mal meiner Freundin Hannah zeigen, oder, Jimmy? Aber ich glaube, du wirst nicht gewinnen. Doch, ich werde gegen Hannah gewinnen. Sie ist doch auch nur ein Mädchen. Ja, aber sie ist Lumis. Naja, du weißt schon. Freundin, außerdem muss ich schön die Schule. Tschüss. Okay, tschüss, Jimmy. Tschüss, Pomm, Nih. Ich gehe jetzt mit meiner Freundin Hannah ein Lucky Blocks Race machen. Boah, warum sind wir so weit oben, Leute? Hä, wo sind wir? Ah, ein Creeper. Ah, ein Norman. Oh, krass, die Kette. Warte mal. Komm, Nih. H-Hannah? Hä? Odi? Hä, bist du es? Warum bist du schon wieder ein Creeper? Du bist ein Enderman. Das ist auch nicht besser. Wie, ich bin ein Enderman. Ah, ich bin ein Enderman. Oh nein, Leute. Ich will kein Enderman sein. Oh Mann, wie sind wir hierher gekommen? Hannah, ich habe dir doch gesagt, der Block war böse. Warum hast du ihn dann abgebaut? Mann, du hast gesagt, ich soll es abbauen, Hannah. Das ist so unfair von dir. Jetzt müssen wir hier irgendwie so einen Lucky Block Race machen. Ihr habt meinen verfluchten Lucky Block zerstört. Und dafür bekommt ihr jetzt eine Strafe. Hörst du das, Hannah? Was? Was für eine Strafe? Wer redet da mit uns? Nur einer von euch wird überleben. Viel Erfolg. Hä? Hannah? Viel Erfolg? Warte mal. Oh, in der Truhe ist eine Hacke und Essen für uns, dass wir nicht hungern. Ich glaube, Hannah, wir müssen es einfach bis ans Ende hier schaffen. Ich habe eine bessere Idee. Hörst du? Hörst du? Aua. Aua. Nicht mich schlagen. Er sagte, nur einer kann überleben. Mann, Hannah. Wir können den bestimmt austricksen. Jetzt lass uns erst mal bis zum Ende machen. Und dann müssen wir ihn vielleicht besiegen oder so. Okay. Aber wenn wir ihn nicht austricksen können, dann schubfe ich dich hier runter. Los geht's. Hey, das ist voll blöd. Okay, du fängst an. Los. Lass mich auch gucken. Danke. Danke, Hannah. Ich habe einen Apfel. Okay, nicht, nicht, nicht. Hannah. Was ist meins? Ja, hier, nimm deinen blöden Helm. Und mein Gold möchte ich auch. Hier und dein Brot. Ich bin dran. Ich bin dran. Hä? Oh, nein, Hannah. Mann, du hast alles zerstört, du Doofkopf. Aber was machen wir denn jetzt? Jetzt kommen wir an die Lucky Blöcke nicht dran. Ich bin dran. Oh, Ende Augen, Ende Augen, Ende Perlen. Oh, oh. Ich bin nochmal dran. Ich bin nochmal dran. Oh, ich habe Bogen. Ich habe aber keine Pfeile bekommen. Die sind alle runtergefallen. Hannah jetzt. Du hast doch Blöcke eigentlich immer dabei, oder nicht? Ja, natürlich habe ich Blöcke dabei. Aber ich bin doch ein Creeper. Ich habe doch keine Tasche. Aber vielleicht hat der Typ, der uns hier eingesperrt hat, darüber nachgedacht, welche in die Kiste zu tun. In meiner Kiste war gar nichts, Hannah. In meiner sind Pinkblöcke drin. Gib mir, gib mir. Das ist voll unfair. Gib mir ein paar. Dann nimm sie dir. Ich lasse sie dir drinnen, weil ich nett bin. Okay. Dann haben wir halt Pinkblöcke und keine lila Blöcke. Egal, Leute. Wir bauen uns jetzt hier einfach nach vorne. Und dann können wir weiter unsere Lucky Blöcke abbauen. Hannah, du bist dran. Komm schon. Okay. Und? Ich habe eine Suppe. Okay, ich bin dran. Und? Hä? Ey. Ich bin wie Schleim in so einem Schleimgefängnis. Aber ich komme hier wieder raus. So. Hier Schleim. Und hier Schleim. Hannah, du bist dran. Na los. Komm schon. Ich verstecke mich hier im Schleim. Was hast du bekommen? Ich habe Goldäpfel. Ey, das ist voll unfair, Hannah. So. Ich mache hier mal zu, dass ich nicht mehr runterfliegen kann, Leute. Und baue meinen ab. Hä? Was hast du bekommen? Ich habe Eier bekommen. Oh mein Gott, Leute. Oh, die benutzen wir nachher, wenn wir da hinten kämpfen. Hannah hat gar keine Chance. Okay, Hannah. Du bist dran. Was ist das denn? Lass mich auch gucken. Nicht alles nehmen. Oh, Hannah. Du hast hier richtig coole Sachen bekommen. Oh Mann, Leute. Komm schon. Wir müssen. Guck mal. Ich habe ein Drachenei bekommen. Hey Mann, ich bekomme nur Dracheneier. Ich bin nochmal dran. Das ist ein Enderdrachenei. Wie? Was kann der denn? Du bist Enderman. Das ist dein Ei. Stimmt. Ey. Geh nicht weg, Ei. Komm wieder. Hä? Hä? Wo ist mein Ei hin? Och Mann. Egal. Hannah, komm schon. Mach weiter. Ich schenke dir einen Lucky Block dafür. Den habe ich gerade bekommen. Aber der... Ich habe so einen Tisch bekommen. Guck mal. Da kann ich meine Waffen nachher reinpacken. Damit ich stärker werde. Komm schon, Hannah. Du bist dran. Komm schon. Okay. Äh. Schon wieder eine Kiste. Aha. Du kriegst nur Kisten, Hannah. Jetzt bin ich wieder. Hä? 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 Wow. Ein Diablog. Guck mal da oben. Ich will den Diablog haben, Hannah. Komm schon, komm schon, komm schon. Leute, der ist so cool. Wir müssen unter uns noch einen Block bauen. Dann kommen wir da ran. Hä? Hey, ich habe nichts bekommen. Mann, das ist so unfair, Hannah. Aber Odi, der ist doch noch da oben, oder nicht? Nee, bei mir ist der schon abgebaut. Hm. Ganz komisch. Das war's mein. Hannah, mach weiter. Hannah, mach weiter. Boah, du hast Rüstung bekommen. Ey, Mann, das ist so unfair. Oh, Leute. Lasst jetzt mal schnell ein Like da, dass wir bei dem nächsten Lucky Block richtig, richtig coole Sachen bekommen. Komm schon, lass ein Like da. Lass ein Like da. Danke für den Like, Leute. Jetzt muss hier das beste Item der Welt rauskommen. Ender oben. Ich meine, und Enderperlen, die sind cool. Weil guck mal, was ich machen kann damit, Hannah. Guck mal. Tschüss. Ich bin ein echter Enderman. Jetzt bin ich ein echter Enderman. Ich will gar nicht mehr Odi werden. Odi der Enderman ab heute, Hannah, okay? Odiman. Odiman. Okay, ich bin dran. Komm schon. Oh, eine Hacke. Ja, das ist doch auch cool, Hannah. Ja, ich finde die nicht so cool. Oh Mann, okay. Dann bin ich wieder dran. Und? Oh. Ich habe Dias bekommen, Hannah. Ich habe 20 Dias bekommen. Oh, Leute. Wir brauchen noch irgendwo Holz. Dann können wir uns eine richtig coole Rüstung machen. Oh mein Gott, wie cool. Hannah, komm schon. Komm schon. Und? Ich habe voll viel bekommen. Oh, was hast du denn alles bekommen, Hannah? Komm schon, zeig mir, zeig mir, zeig mir. Also, ich habe eine Lucky Potion. Ja. Noch eine. Hä? Und einen Bogen. Werf mal einen Lucky Potion. Komm schon, werf mal. Okay. Und? Au. Oh, Hannah, das war nicht nett. Oh Mann. Ich bin auch gestorben, Moni. Ja, das geschieht dir recht, Hannah. Das war gar nicht nett von dir, was du da gerade gemacht hast. Was sind denn die anderen Tränke? Ich habe zwei. Und die hier noch. Hä? Eisenrüstung. Oh mein Gott, Leute. Schaut mal. Ich habe auch ein Eisenschwert bekommen. Danke, Hannah. Bitte, aber dafür musst du mir auch was Cooles geben, wenn du was hast. Vielleicht. Wir gucken, okay? Okay. Hühnchen, gib weg. Ich habe Angst vor Hühnchen. So, ich bin dran. Ich habe noch mehr Lucky Blocks bekommen, Hannah. Guck mal. Was hast du da gerade gemacht? Warum sind das so viele? Ich habe ganz viele Häschen geworben. Das sind ganz viele Häschen. Guck mal, Hannah. Guck mal, schnell. Oh, hier sind erst mal Goldblöcke, die will ich haben. Gold. Oh, Gold ist richtig cool, Leute. Oh mein Gott. Und... Oh, ein Brunnen. Warte. Level haben wir bekommen. Und hier... Hero Villager. Hannah. Wow. Du hast meinen Brunnen benutzt, Hannah. Das ist unfair. Geh auf deine Seite. Das muss man aussehen. Ach, Mann. Guck mal, das sind Diamanten. Das sind meine Dias. Geh weg. Okay. Schaut mal, wir teilen das. Das ist doch Freundin. Hannah, geh weg. Du bekommst hier 20 Emeralds. Hint doch. Aber du bist auch grün, Hannah. Das passt doch. Aber ich mag... Hast du auch pinke? Äh, ich habe blaue. Das passt doch zu Lumi. Das ist doch dein Freund. Okay. In der Zeit... Ich bin dran. Warte, Hannah, warte. Ich habe noch einen Villager, Leute. Der hat richtig, richtig coole Sachen. Aber das dürfen wir Hannah nicht erzählen. Und zwar können wir uns jetzt hier ein Diaschwert-Craft. Und zwar ein Superhelden-Diaschwert. Oh mein Gott, Leute. Ein Bogen. Ja, krass. Was ist denn der... Warte mal, Leute. Was ist denn der... Was ist das für ein Geräusch, Hannah? Guck mal. Tanz mit mir. Äh, äh. Näh, 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 näh. Ja, das ist voll die coole Musik. Wow. Okay, Hannah. Lass uns weiter machen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin dran. Okay. Nee, du bist dran, Hannah. Ich war doch gerade. Ah. Was hast du da? Obsidian. Obsidian. Warte mal, damit können wir vielleicht in den Snedder gehen. Aber nicht jetzt, Hannah. Wir müssen erst mal hier alles noch bestreiten. Oh. Einen Trank. Nimmst du mal einen Trank, Hannah? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist wirklich cool. Das zeige ich dir nicht. Guck mal, Hannah, hier. Probier es doch aus. Das kannst du nehmen hier. So, das schenke ich dir. Und hier, das ist Lapis. Das brauche ich nicht. Verhalt deinen Müll. Ich möchte ihn nicht haben. So. Los, Hannah, los. Oh Leute, es hat wieder angefangen zu regnen. Hannah, komm schon. Hör auf zu regnen, bitte. Mach, mach deinen Sonnen... Es hat aufgehört. Ich bin dran. Komm schon, komm schon, Hannah. Warte mal. Nein. Oh Mann, Oli. Der ist böse. Ich habe dich gerettet, Hannah. Wirklich. Der hatte voll das coole Schwert. Das habe ich gesehen. Nein, 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 nein. Hatte der nicht. Nein, nein, nein. Ich bin dran. Du bist ein Lügner. Aber geh weg, Hannah. Guck mal, ich habe wieder so ein Diapower bekommen. Aber das bringt mir nichts. Komm schon, du bist dran, Hannah. Komm schon, komm schon, komm schon. Du hast wieder Häschen bekommen. Ich bin dran. Ich habe eine Diamant-Axt und so eine Diamant-Hacke bekommen. Du bist dran. Komm, Hannah, komm. Na, Eisenrüstchen. Aha. Hannah? Ja. Bist du ab jetzt nett zu mir? Wenn du nett zu mir bist, dann ich nett zu dir. Das weißt du, Oli. Sonst, Hannah? Nein, ey. Das ist unfair. Gib mir meinen T-Block wieder. Bist du nett zu mir? Ich bin nett zu dir. Son? Hannah, hör auf. Ja. Mach deinen Lucky-Block auf. Okay. Oh, Bücher. Aber ich mag lesen doch gar nicht. Doch, du magst doch lesen, Hannah. Du bist immer in der Bibliothek. Du brauchst jetzt gar nicht so tun. Oh, ich habe wieder so einen Verzauberungstisch bekommen, Leute. Der bringt uns doch gar nichts mehr. Den packen wir mal hier hin einfach. Hannah, du bist dran. Na los. Wir haben gar nicht mehr so viel. Du hast einfach einen Diablock bekommen. Wow. Hannah, bist du bereit? Wow, ich habe einen Riesen-Lucky-Block bekommen. Bist du bereit? Aber ich weiß nicht, ob der Schalter so gut ist. Ich habe drauf gedrückt. Tschüss. Yo. Der hat mir... Der war richtig gut, Hannah. Guck mal. Ich habe dir das bekommen wieder. Wow. Ich bin auch. Okay, Hannah. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Du musst weitermachen. Blumen. Die bringen uns gar nichts. Aber du magst ja Blumen, Hannah. Komm schon. Mach weiter. Du bist dran. Mach weiter. Warte mal. Gib den mir mal her. Der ist, glaube ich, nicht gut für dich. Den gebe ich dir nicht. Du wirfst ihn wieder runter. Oh, Mann. Du bist für mich gemein. Ich bin dran. Ich habe einen Bieg bekommen, Hannah. Richtig cool. Komm schon. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Schafe. Nein. Hannah hat Schafe verkauft. So, Hannah. Ich bin dran. Oh, Mann. So Baumaterial. Das will ich gar nicht. Oh, Hannah. Rinn. Mann, Hannah. Zum zweiten Mal hast du schon alles zum Explodieren gebracht. Das ist doch lustig. Das ist gar nicht lustig. Wir müssen doch hier den bösen Zauberer oder wer auch immer das ist hier stoppen. Na, komm schon, Hannah. Ich bin dran. Ich habe wieder eine Angst bekommen. Komm, komm, komm. Zieh durch. Zieh durch. Ich muss hier erst mal was hinbauen. Jetzt mach schon, Hannah. Hä? Ein Emerald Block. Wow. Wow. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist meiner. Wow, du hast wieder so Tränke bekommen. Oh, ich habe eine Diahose bekommen, Leute. Wie cool. Komm schon. Wir sind gleich am Ende, Hannah. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe jetzt schon zwei aufgemacht. Komm, mach weiter. Ich muss erst mal die ganzen Sachen wegwerfen. So. Gut. Komm schon, Hannah. Du kriegst doch blöde Sachen. Du hast voll den coolen Bogen bekommen. Ich bin dran. Ich habe noch einen noch besseren Bogen bekommen, Leute. Lucky Blockbootbogen. Hannah, kannst du mir mal Pfeile geben, bitte? Komm schon, du bist doch eine richtig dritte Freundin. Ich habe selbst keine Pfeile. Ich gucke gerade schon. Ach, Mann. Jetzt komm schon. Okay. Vielleicht kriege ich euch welche raus. Ja, los. Bro, Hannah. Nichts drauf. Ich habe keine. Warte mal, Hannah. Ich bin doch der Enderman. Und ich habe ein Ender-Portal bekommen. Oh, mein Gott. Wie cool. Komm schon, mach weiter. Wir haben es gleich geschafft. Los. Schon wieder Schafe. Oh, Mann. Blöden Schafe. Geht weg, alle. Okay, Hannah. Ich bin dran. Die letzten zwei nur noch, Leute. Hasen und... Oh. Tee, Tee, Leute. Oh. Komm schon, Hannah. Komm schon. Oh, Goldäpfel. Oh, wir sind jetzt hier durch. Hallo. Ist hier jemand? Hallo. Hannah, ich glaube... Weißt du, was er damit meinte, dass nur einer es überleben kann? Was denn, Odi? Ich glaube, wir müssen jetzt campen, Hannah. Aber zuerst... Warte, Hannah. Zuerst habe ich hier ganz viele Eier, die ich platzieren muss, okay? Nein, Skelett. Aua. Aua. Mann, warum greifst du mich denn an? Okay, der Skelett und eine Tatze. Oh, warte auf mich, Tatze. Ein Esel, Hannah. Hanna, guck mal, wie cool. Äh, was ist das denn? Ein Skelettpferd. Wow, Hanna, guck mal. Oh, Angriff. Hanna, helf mir. Oh, dann wird mehr raus. Oh, immer mehr, immer mehr. Okay, Hannah, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir müssen echt kämpfen, um hier wieder zurückzukommen. Aber ich möchte nicht gegen dich kämpfen, Odi. Ich möchte doch auch nicht gegen dich kämpfen, Hannah. Vielleicht müssen wir, weil nur einer kann es schaffen. Lass das. Hannah? Nein, wir sind Freunde. Hör auf, Hannah. Oh, renn. Ups. Hannah, los, wir müssen jetzt kämpfen. Na los, na los. Komm schon. Äh, aua, aua. Ey. Leg dich nicht mit mir an, Odi. Leg du dich nicht mit mir an. Oh. Hannah? Oh, Leute. Habe ich jetzt Hannah für immer? Ihr wisst schon. Oh, ich hoffe nicht. Leute, ihr müsst schnell einen Like da lassen, dass Hannah wieder zurückkommt. Leute, ihr habt geliked. Hä? Hannah? Hey? Warum bist du wieder an den... Warum bist du wieder Hannah? Oh, warte mal. Leute, müssten wir uns gegenseitig einfach nur einmal, ihr wisst schon, ähm, damit wir normal werden. Hannah, du musst mich, du musst mich, du weißt schon was, tu es. Aber wir sind doch Freunde. Aber du musst es tun, dann werde ich wieder Odi und dann schaffen wir das Spiel. Dann haben wir ihn ausgedrinkst. Ja, schießt. Aua, 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 aua. Aua, das tut voll weh, Hannah. Komm, gib Gas. Oh. Aua. Aua. Ein Schuss noch, Hannah. Oh. Hä? Wie, ich bin wieder ich? Oh. Leute, ich bin echt wieder ich. Warte, ich muss mal hier diesen Hellen wegschmeißen. Wir haben es geschafft, Hannah. Wir haben den bösen Mann ausgedrinkst. Wir müssen nur noch hier runterkommen. Okay, ich helfe dir. Bereit? Warte, 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 Hannah. Hier ist Wasser. Guck mal, hier können wir runterspringen einfach. Bist du bereit? Oh, ich trau mich nicht, Hannah. Warte, Odi. Warte, mach du zuerst. Mach du zuerst. Wir müssen hier alles kaputt machen. Stimmt. Damit hier keiner mehr reingefangen wird. Stimmt. Das wird jetzt wie ein Actionfilm. Okay, warte, nicht so viel. Wie sollen wir das denn anzünden? Bist du bereit, Hannah? Okay. Okay, ich mache hier, du machst andere Seite und dann springen wir hier einfach runter, okay? Okay. Okay, drei, zwei, eins. Los, spring. Hannah, spring. Oh, Leute. Ich mache heute eine Tee-Party mit meinen Actionfiguren. Und hier ist Mini-Praxy, Pikachu, Batman und... Hä? Leute, hört ihr das? Hä? Wartet mal. Da draußen ist doch Spidey. Wow, wie cool, Leute. In unserer, mein Gott, ist einfach Spider-Man. Hä? Warte, was macht der bei Schleimis Haus? Der hat versucht, da reinzugehen, Leute. Und jetzt geht er zu Braxy. Wir gehen mal raus. Ich brauche ein Autogramm, Leute. Oh, wie cool. Oh Mann, was macht der denn da, Leute? Hä? Hä? Der geht bei Braxy ins Haus rein, Leute. Wir müssen mal gucken, was genau der da macht. Nicht, dass der da wirklich jetzt einbricht. Hä? Hä? Der schaut in die Drohnen von Braxy. Hä? Klaut der da was? Leute, wir müssen... Wir müssen ihn aufhalten. Braxy ist mein bester Freund. Äh... Äh... Spider-Man! Hm? Äh... Äh... Hi. Spider-Man? Warum klaust du von meinem besten Freund die Sachen? Und warum bist du hier raus aus dem Haus? Äh... Nein, ich klau doch gar nicht. Bist du doof, Rody? Äh... Du bist Spider-Man! Oh Mann, du bist doch nett. Warum gehst du dann bei Häusern rein? Hä? Odi, geht's dir nicht gut? Hä? Du hast... Ich bin's. Ja, du bist Spider-Man! Ah... Odi... Erkennst du nicht meine Stimme? Odi, 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 Odi. Äh, nein. Oder erkennt ihr die Stimme, Leute? Wer könnte das sein? Wenn ihr wisst, wer das ist, schreibt es mir schnell unten in die Kommentare. Und lasst natürlich ein Like da. Aber wir wissen genau, wer das ist. Das ist Spider-Man! Okay, Spidey. Jetzt, ähm, äh, erklär dich, warum klaust du? Und, äh, ähm, genau. Ich verpetze dich bei der Polizei und nehme dich gleich fest. Hä? Mann, ich habe jetzt keine Zeit. Tschüss. Ey, bleib stehen, sonst hätt sich die Polizei auf dich bei dir. Ist ja gut, ist ja gut, Mann. Odi, ich bin's. Klingelt's nicht bei dir? Ich bin's, Spidey? Ach, oh Gott. Hä? Leute, ich komme nicht drauf. Bleib stehen, du Blödmann! Wir haben noch eine Rechnung, offene. Welche Rechnung denn? Du hast geklaut. Ich habe gar nicht geklaut. Wie soll ich denn da klauen? Weiß ich auch nicht. Du warst da drin, du Blödmann. Du hast die Kisten angeguckt. Und davor wolltest du zu Schleimi gehen. Hä? Mann, Odi, wirklich, ich habe keine Zeit. Ich muss gehen. Ne, warte. Ähm, eben. Ich finde dich irgendwie auch cool. Aber, äh, ähm. Wenn du, wenn ich dich nicht verpetzen soll, musst du mit mir ein Lucky, Lucky Block Treppenrennen machen. Mit dir? Aha. Du verlierst doch eh. Hä? Niemals. Du wirst schon sehen. Und wenn ich gewinne, äh, kriege ich ein Autogramm von dir. Okay, meinetwegen. Ich nehme die Herausforderung an. Okay, dann komm mit. Oh, Leute. Das war schon mal mein, mein allergrößter Wunsch, mit Spider-Man Lucky Block Treppen zu machen, Leute. Das wird bestimmt richtig cool. Oh, äh, und er meinte irgendwie, ich kenne ihn. Ich meine, ja, ich kenne ihn. Das ist Spider-Man. Aber, hm, ja, keine Ahnung. Egal, Leute. Wir gehen zu den Lucky Block Treppen. Und ich werde einen Superhelden, äh, gegen einen Superhelden gewinnen. So sieht es nämlich aus. Okay, Spidey. Wir haben jetzt unsere Lucky Block Treppen. Du nimmst natürlich die rote und ich nehme die lila, ne? Okay. Spidey, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Gelb. Was heißt das? Gelb? So wie Braxys? Hm, komisch, Leute. Naja, egal. Okay, ähm, ich hab noch was. Ähm, wenn wir bis nach oben kommen und ich zuerst oben bin, darf ich dein Gesicht sehen. Okay, wärst du eh nicht. Das werde ich. Okay, fang an. Drei, zwei, eins. Oh, Mann, er kriegt direkt gute Sachen, Leute. Oh, ich auch. Oh, Mann, ey. Hey, das ist voll blöd. Oh, komm schon. Äh, sag schon, sag schon, sag schon. Was ist ein Eirurgel? Hier ist nur Kohle drin. Mann, die Kiste ist voll, voll blöd, Leute. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Los, Spidey, du bist. Haha, Kaninchen. Katzen sind besser als Kaninchen, du Blödmann. Ich bin dran. Ich hab nen Verzauberungstisch, Leute. Oh, nein, das ist unfair. Oh, na, warte, du Blöder. Komm schon, mach weiter, du Blödmann. Haha. Du hast Pferderüstung bekommen, Leute. Ich werde jetzt gewinnen. Wow. Was ist das denn? Was hast du gemacht? Haha, Spidey ist eingefangen. Oh, hier, du Blödmann. Hier, warte, ich drück drauf. Okay, Leute, wir drücken drauf. Oh, wir müssen hier hoch. Und hier auf die Seite. Und wir drücken drauf. Und los. Riesen Lucky Block. Wow. Wow, Leute, wir haben richtig viel bekommen. Haha, du Blödmann, du Blödmann. Ey, Mann, hör auf, mit Gelb zu bauen. Warum? Das ist nicht deine Farbe. Egal, Leute, wir haben Dias bekommen. Ähm, ich brauch auch. Spidey, du bist doch die nette Spinne der Nachbarschaft. Ja, aber bitte. Und da wir jetzt gerade auch Nachbarn sind. Oh, danke. Genau das wollte ich. So. Nochmal, nochmal, nochmal. Haha. Du bist dran. Hä? Was war das? Hä? Was war das? Hä? Ich hab nichts bekommen. Du Blödmann. Haha. Okay, ich bin dran und... Ich hab'n... Ich hab'n Heldentrank. Haha. Ich bin jetzt der wahre Held. Nicht du's bei dir. Ja. Hm. Hab' ich ja gesehen. Du bist grad nicht hochgekommen. Hä? Das ist ne andere Geschichte. Sonst mach' ich deinen Lucky Block auf. Haha. Ich hab'n geöffnet. Das ist unfair. Und wer? Du musst was reinschmeißen. Wow. Du hast richtig viel. Oh, er hat richtig viele Tiers, Leute. Oh, das wird richtig, richtig schwer im Fight. Egal. Ich öffne meinen in der Zeit. Oh, Mann, ey. Ich hab' Eisensachen bekommen. Öffne, öffne, öffne. Bup, bup, bup. Oh, TT. Haha. Bum, 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 bum. Du hast alles zerstört, du Blödmann. Haha. Oh, Mann. Oh, oh, oh. Hier sind Diamanten von... Von Spidey. Okay, Leute. Ähm. Wir müssen hier hoch. Zack. Und hab' ich noch'n Block? Ich hab' hier noch'n Block, Leute. Zack. Dann gehen wir einfach hoch. Okay. Ich bin dran, Spidey. Und zack. Ich hab' Obsidian bekommen. Oh, das liegt aber unten, Leute. Ach, das hol' ich mir jetzt später. Okay, Spidey. Let's go. Nein, du will. Ah, ich bin nochmal. Los geht's. Und, und, und los. Ich hab' so viel Zeug bekommen. Oh, Mann. Wo sind die Dias? Ja, okay. Egal, Leute. Wir machen einfach weiter. Spidey ist. Ja, ich bin gar nicht. Guck mal, wo meine Dinger sind. Ich hab' Obsidian. Damit können wir uns hochbauen, Leute. So, zack. So, Spidey. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann leg los, du Blödmann. Eine Kiste. Eine Kiste. Da ist gar nichts drin. Wow. Du hast richtig viel Zeug. Alles ist mein. War so unfair. Nein, du hast verloren. Jetzt pass auf. Ich bekomm jetzt ein Lucky-Block-Schwert. Hä? Ich hab' Hühner bekommen. Und Diamanten. Die sind aber runtergefallen. Oh Mann, ey. Egal. Ich hab' genug Diamanten. Okay, Spidey. Los, los. Leg los. Oh. Oh, das ist voll unfair. Oh Mann, ey. Oh, das kann ich grad' nicht anziehen. Haha, blödmann. Und ich bin dran. Hä? Ich hab' Musikboxen bekommen. Oh, die können wir beim Feind benutzen. Okay, Spidey. Los geht's. Oh, wow. Oh, er hat das Lucky-Block-Schwert. Das muss ich tauschen. Spidey, ich geb' dir 46 Smaragde für das Schwert. Du blödmann. Okay, ich mach' hier auf und bekomm'. Ich bekomm' Skelettenköpfe. Och, Mann, ey. Okay, ich mach' einfach nochmal auf. Wow. Ich hab' die Heldenschuhe bekommen, Leute. Wow, ich bin jetzt richtig stark. Ich bin. Okay, leg los. Oh, oh, oh. Was ist da drin? Was ist da drin? Oh, das sind schon wieder Goldöpfel. Den Diamant hab' ich mir geklaut. Hahaha. Spidey, ich mach' auf. Oh, ich hab' Suppe bekommen. Der Suppe ist doch gut. Kannst du essen. Oh, nein. Los bei dir. Wow. Er hat Tränke bekommen. Ah, Leute. Aber irgendwie müsst ihr mir jetzt auf jeden Fall helfen, dass ich, dass ich das, den Lucky-Block-Bogen bekomme. Wenn ihr jetzt ein Like und ein Abo da lasst, will ich den heftigsten Bogen der Welt. Seid ihr bereit? Oh, okay. Okay, drei, zwei, eins. Oh, der muss da drin. Au, au, au. Oh, Mann, du Blödmann. Oh, aha. Du wirst schon sehen. Da drin werden die besten Items drin sein, die du je gehofft hast. Mach auf, wenn du die drauf hast. Okay, er auf mit den Tränken, du Blödmann. Da drin wird jetzt die heftigsten Sachen sein. Leute, schnell abonnieren und liken. Schnell, da wird das heftigste Item drin sein. Komm schon. Oh, drei, zwei, eins. Wow. Ich habe einfach Thor's Hammer bekommen. Nein, nein, nein. Das ist unfair. Mann, guck mal. Der Hammer ist auf dem Boden. Oh, Mann. Ich bin... Oh, hier steht... Ich bin... Ich bin nicht der Außerwählte. Ich kann ihn nicht aufheben. Oh, Mann. Der ist wie zu schwer. Ich gebe dir meinen vergoldeten Apfel. Dann bist du würdig, ihn zu fragen. Oh, Mann. Bist du dir sicher? Mhm. Dann gib her. Lass ihn dir schmecken. Und... Los! Und jetzt! Oh, der bringt auch nichts. Man muss, glaube ich, Thor sein, um den Hammer zu benutzen. Du Blödmann. Egal, wir machen weiter. Ich bin... Du bist... Egal, Leute. Ihr müsst aber trotzdem liken und abonnieren, dass ich besser werde als Spidey. Und er hat nur Fleisch bekommen. Haha. So ein Doofkopf. Spidey, guck mal jetzt. Ich hab ne... Angeln! Haha. Ja, Leute. Ich kann ihn jetzt angeln. Warte mal. Haha. Spidey ist gestorben. Haha. So ein Doofkopf. Leute, irgendwie ist der Spidey komisch. Na ja, egal. Spidey. Geh auf deine Seite. Meine Augen funktionieren super. So. Okay. Du bist dran. Los. Wow. Oh, hier sind ja noch mehr Lucky Blöcke. Oh, Mann. Ey, komm da raus. Wow. Wow. Ist das cool. Na los. Komm da raus. Nein. Ich will erst mal alles aufgeben. Okay. Dann mach ich einfach weiter. Und zack. Oh, ich hab Dropper bekommen, Leute. Egal, ich mach auf. Wow. Wir werden gewinnen. Wow. Ich hab ein Diamantschwert bekommen, Leute. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir müssen jetzt hier wieder liken und Abo da lassen. Und ihr müsst jetzt diesmal ein lilanes Herz oder ein gelbes Herz in die Kommentare machen, Leute. Oder am besten ein rotes. Oder am besten alle Herzen, alle Farben. Damit wir hier die stärkste Waffe aller Zeiten aus dem Lucky Block bekommen. Kommt schon, liken, abonnieren und kommentieren, Leute. Wow. Wow. Ich hab Captain America's Schild bekommen. Schau mal. Wow. Ich seh so cool aus jetzt. Haha. Das ist unfair. Ich kann damit blocken. Du wirst verlieren. Komm schon, Spidey. Ich hab schon ein paar aufgemacht. Mach auf. Wow. Ja. Ja. Ja, mein Bogen. Haha. Geklaut, geklaut. Haha. Ich hab dir mein Apfelgeschenk. Ist mir egal. Das ist jetzt mein Bogen. Haha. Du bist. Und los. Oh Mann. Hier, du kriegst mein Holzschwert. Ähm, Spidey. Und los. Oh, der hat das Diamantschwert bekommen. Egal. Ich hab mein Captain America's Schild. Okay, ich bin dran. Los. Huh? Ich hab den Netta-Stern bekommen, Leute. Wie cool. Oh, damit werde ich dich auseinandernehmen, Spidey. Los. Mach auf. Es sind bei mir nur noch drei. Und du hast vier. Oh. Nein. Nein. Haha. Bist du bereit? Hör auf damit. Okay. Oh, Glück gehabt. So, ich mach auf, Leute. Zack. Oh, wieder Kopf. Und weiter geht's. Noch mehr Sachen. Und zack. Ich hab gewonnen. Hey, du bist... Das ist unfair gewesen. Das war gar nicht unfair. Ich hab gewonnen. Und du bist Loser, Spidey. Hä? Wow. Das ist... Hier sind deine Freunde. Schau mal. Das... Nein. Das ist Spiderschwein. Haha. Das war Spiderschwein. Hä? Mein Name. Mein Name. Mein Name. Ja. Ja. Aber, aber, aber. Oh, Spider-Man. Oh, du wirst es schon sehen gleich. Okay, Leute. Da ich aber gewonnen hab und ganz schnell oben war, können wir endlich sehen, wer Spidey ist. Oh, Mann. Hier hoch. Spidey. Hm, was ist... Du musst... Ich hab... War zuerst oben. Du musst mir jetzt zeigen, wer unter... Wer sich unter dieser Maske befindet. Okay. Bist du bereit? Oh, ich bin bereit, Leute. Seid ihr bereit? Ihr müsst aber jetzt schnell like und ein Abo dalassen, dass er nicht hässlich aussieht, Leute. Ich hoffe, der sieht nicht hässlich aus. Okay. Der erst... Den ersten, den du weißt, kriegst du bei meinen Schuhen. Guck mal hin. Schuhe. Die sind... Die sind echt gelb. Hm. Wer hat gelbe Schuhe, Leute? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Okay. Weiter. Die Hose. Die Hose ist schwarz. Okay. Da können wir noch nichts sagen. Weiter. Hm. Hä? Gelb. Habe ich dir irgendwie bekannt vorgenommen, du Trottel? Das ist doch... Das ist doch Brex hier. Tada. Ich bin... Hä? Ah, du hast gar nicht geklaut. Du warst einfach nur zu Hause. Aber seit wann bist du Spider-Man? Schon immer gewesen. Oh, du bist so cool, Brexie. Leute, Brexie ist einfach Spider-Man. Okay, Brexie. Bist du bereit? Hm. Gib mir eine Sekunde. Wir kämpfen um Leberdot. Also aus Spaß natürlich. Okay. Gib mir auch kurz eine Sekunde. Okay, Leute. Wir müssen uns hier jetzt erstmal preparen. Wir haben noch ein paar Diamanten. Damit machen wir eine Dia-Rüstung. Wir brauchen nur ein bisschen Holz. Ähm. Brexie? Ja? Du hast nicht zufälligerweise eine Werkbank? Geh mal weg. Oh, Mann. Komm schon. Gib mir eine Werkbank. Gut. Dann kann ich auch was machen. Cool. Okay. Zack. So. Dann machen wir uns noch eine Hose, Leute. So. Und eine Dia-Brust. Zack. Und Brexie wird nicht gegen mich gewinnen können. Hast du vielleicht einen Pfeil für mich? Nein, das habe ich wirklich nicht. Warte, ich guck mal. Ich tausche auch gegen den Winterkopf. Ich habe sogar 10. Nein, 13. Gib mir. Das reicht mir schon. Okay, Brexie. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Wir kämpfen bis 3. Der Gewinner hat gewonnen. 3, 2, 1. Los. Komm schon. Zack. 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 Mein Schild ist viel besser. Oh nein. Okay. Bogenattacke. Daneben. Getroffen. 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 Und. Schnell weg. Schnell in meine Arme. Das ist wohl. Und zack. Aua, 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 Leute. Komm schon. Na komm schon, Brexie. Der hat Tränke. Du hast mich nicht getroffen, du Blödmann. Ha. Lass mich in Ruhe. Er ist unsichtbar. Aua. Okay, 1 zu 0. Aber wir haben unseren Trank noch, Leute. Und ich bin unsichtbar. Bist du bereit, Brexie? Ich bin bereit. 3, 2, 1. Los. Und zack. Mein Bogen wird dich auseinandernehmen. Du wirst niemals zu mir kommen. Oh nein. Das ist unfair. Das ist unfair. Nein, du bist unfair. Du bist Spidey. Ich bin mehr als Spidey. Ich bin die Bananen, Spidey. Die Bananen. Spidey. Die Bananen, Spideys. Ah. Tot. Okay, Leute. 1, 1. Brexie, bist du bereit? Hm. Ich bin bereit. Und unser Helden-Trank. Und los geht's. Haha. Ich bin super stark jetzt. Oh, das tut mir gar nicht weh. Zack. Zack. Und. Tschüss, Brexie. Warte ab. Tut dir das nicht weh? Tut dir das nicht weh? Das hier. Ich bin Spider-Man. Du bist ein Blödmann. Nein, du bist der Blödmann. Komm schon. Komm schon. Nein, nein, nein. Hör auf. Dein Goldapfel zu essen, du Blödmann. Das war mein letzter. Du bist unsichtbar bei mir. Ich bin unsichtbar. Nein, nein. Ich dachte, das war dein letzter, du Blödmann. Komm her. Und zack. Und zack. Aua, ich hab mich vergiftet. Ah, du Blödmann. Oh, Leute. Es steht 2 zu 1. Das heißt, ich hab damit gewonnen. Okay. Okay, Brexie. Ich hab einfach Spidey eliminiert. Haha. Okay. Dafür kriegst du meinen Spider-Man-Einzug für einen Tag. Oh, was? Oh, wie cool, Leute. Schaut euch das an. Oh, ich brauch noch die Schuhe, Brexie. Oh, tut mir leid. Hier hab ich leider nicht mehr. Haha, egal. Oh, ich seh so cool aus. Oh, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch meinen besten Freund Brexie ab. Der macht auch richtig coole Videos. Und natürlich diese Videos hier oben. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, müsst ihr die unbedingt angucken. Macht's gut und tschüss.